Roomie ist unser leichtgewichtiges Raumbuchungssystem, das über die G Suite bzw. Google Kalender und einfache Touchscreens funktioniert. Wenn wir in Google Kalender einen Termin erstellen und einen Meetingraum dazu buchen, wird der Termin automatisch auf den Touchscreen vor dem Meetingraum angezeigt. So wissen die anderen Mitarbeitenden, dass der Raum belegt ist. Vor Ort am Display können wir uns eine Liste aller anderen Meetingräume mit deren Verfügbarkeiten anzeigen lassen, um Alternativen zu finden. Ebenfalls können wir uns für jeden Raum die nächsten Termine ansehen. Mit Roomie können wir freie Räume auch direkt vor Ort ohne Notebook für Meetings blocken. Dafür tappen wir einfach auf das Kalender-Icon auf dem Touchscreen und wählen eine gewünschte Meetingdauer. Allen Mitarbeitenden wird nun sowohl auf dem Display vor Ort als auch im Google Kalender der Raum als nicht mehr verfügbar angezeigt. Wenn Sie sich auch so ein Raumbuchungssystem wünschen, kontaktieren Sie uns gerne. Alle Nachrichten und Untertitelung des ZDF, 2020